Ich habe meinem Kater Catwalk heute etwas ganz Besonderes mitgebracht und zwar so einen Snackbaum. Das ist eine Art Intelligenzspielzeug oder eben auch bekannt als Fummelbrett. Dabei handelt es sich um Spielsachen, wo die Katze durch cleveres Denken und Handeln an ihr Futter kommt. Es werden also mehrere Sinne angesprochen, das Sehen, Fühlen und Schmecken. Perfekt ist dies nicht nur, um die Intelligenz der Katze zu fördern, um die Katze selbst zu fordern, aber eben auch, um ihren Alltag spannender zu gestalten. Denn mit solchen Intelligenzspielzeugen kann eure Katze sich alleine beschäftigen. Perfekt also, wenn ihr zum Beispiel mal arbeiten seid, in der Uni oder einkaufen. Dieser Fummelbaum steht tatsächlich schon länger auf unserer Einkaufsliste. Ich habe ihn endlich mitgebracht und finde ihn super. Er ist innerhalb weniger Sekunden aufgebaut und besteht aus fünf Einzelteilen. Das Schöne an diesem Futterbaum ist, ihr fügt oben das Futter ein. Die Katze bewegt durch die Seitenöffnung mit ihrer Pfote das Leckerli. So rutscht der Snack immer tiefer diesen Baum runter durch die verschiedenen Ebenen, bis er dann endlich in der Futterwanne liegt, wo die Katze ganz normal den Snack fressen kann. Ihr könnt die verschiedenen Ebenen aber auch noch drehen, um die Öffnungen kleiner zu gestalten. Dadurch wird es ein bisschen schwieriger für eure Katze. Für den Anfang ist es so aber, glaube ich, schon schwierig genug. Ihr könnt aber natürlich mit Auf den Snack zeigen eurer Katze ein bisschen helfen. Von mir aus eine absolute Empfehlung. Catwalk liebt es. Ihr findet den Link zu dem Futterbaum in meiner Bio. Und wenn ihr weitere Katzenvideos möchtet, abonniert doch sehr gerne diesen Kanal.